Willkommen zu einer weiteren Folge von Rainbow Six Siege mit der Showbox named Sergeant Cooler Und ich hab gerade im Chat gelesen Ne, das machen wir natürlich nicht Nach der doch etwas langwierigen Ladephase Ne, ja, hat überhaupt nicht eine Stunde gedauert oder so Das klingt schnell Das war Ubisoft, das ist Ubisofts Stärke Ne, alter Ähm, ich hab Ash und Showbox Blitz und wir sind zu inkompetent die Gegner zu finden Die sind ganz unten Wow Warst du schon ganz unten? Ne, bei dir Ah, ich muss mal gucken, Digga Ah, well done, mates Well done, well done Giltig, okay? Ne, biete nicht Ich gucke, ich gucke, ich bin im Serverraum Wie geht's denn hier ganz runter? For fuck's sake Das ist wahrscheinlich eine Treppe Ich bin echt zu cool, Mann, diese Scheiße Chill mal, wenn du da reinläufst Bin mit allen hier drin, by the way Ja, die sind safe hier ganz unten Ja, da geht auch runter Los, 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 Jungs Nein, ich wurde gespottet Das ist einer AFK Okay, genug gesehen So, jetzt sag ich auch mal auf dem Weg mit einer geilen Pistole Der sich gespottet hat, der ist AFK, by the way Nice Die Sprengladung ist bereit Ja, wo ist denn denn lang gelaufen? Jungs? Du siehst uns noch, treffe runter Ach, hier hinten, ja Okay Hallo, hallo Ich mach mal hier auf, oder? Und einheizen hier, ne? Oh, Leute, das hat über 10 geporsert Hinter uns Ich, ich, ich flasch nochmal rein, ich flasch nochmal rein Ich geh rein, ich geh rein Wir sind ja an der Tür Ja, ist der an Nice Schön, 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 schön Der läuft aber auch in die Fresse Ich hab vielleicht noch einen Rechts Wie kann man so dumm sein, Alter Der ist da What the fuck, ich kill die hier, easy Der ist noch einer Das war der Maid Okay, ich wurde vorher über AFK Nice Nice first round Okay Warum wir nicht nicht in der Küche? Da, ich hab übelst AFK, die sind richtig schlecht, ne? Wir haben aber schlechte Gegneranbestimmung, das kommt auch nicht vor, wir müssen die Situation nutzen, wir müssen drin sein, drin stecken So Let's watch it, ne? Äh, Kapkorn Oder? Nein 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 Weil ich den habe Weil du den hast, aber benutze auch bitte deinen C4, um einen Durchgang zu schießen zwischen den beiden Bereichen Wir haben nur einen Bereich, gut, dass du dich daran erinnerst Dies werde ich totalitär umsetzen So So Äh, ich denke, äh, hier, dann, ne? 5 Stunden eigentlich wieder warten Eigentlich Ich hab schon nochmal gezwitscht, sag mal Bescheid, wenn's weiter geht Ja, geht weiter Den Raum verbarrikadieren Den Raum verbarrikadieren Den gefroren Behälter beschützen Äh, ja, ähm, ähm, äh Frag mich jetzt nicht, wo ich die Bootytraps inplacen sollte Ich hab richtig behinderte Dinge entgesetzt Dann mach's wieder weg Jungen, das ist wirklich bescheuert, bist du dumm? Du kannst wieder aufheben, ne? Ja, ich weiß, ich, ich, das war grad irgendwie komisch Dann heb die halt auf Ja, hab ich gemacht, hab ich gemacht Okay Ich hab eigentlich noch eins Ach, geh mal weg hier So, setz mal hier auch eins an die Wand An die Wand? Komm mal her zu mir Hier hin Hier? Ja Okay Könnt das nicht aufspringen, ähm Ja, ich weiß Das war mir klar, ne? So Und ich guck mal raus auf die Kamera Oh, hier kann ich nochmal Double Reinfos machen Guck dir's mal an, wie der Baum Wie der Baum? Hm Wie der Raum verbarrikadiert ist, Digga Guckst du's mal bitte? Er hat auch noch zwei Echt, lol Boah, das bringt nix So, das nehm ich auch nochmal mit hier Digga auch nochmal rechts daneben Eigentlich komplett OP Ja, lass mal hier in den Raum hier gehen Ja, genau, lass mal hier reingehen Hier ist gut Okay Dann bräuch ich mir nur auch Kontakt Ja Bleibst du da wieder bei mir? Nein, ich geh hier Hä? Wer kassiert hier? The Mate Von wo? Weiß ich aber nicht was Geh mal bitte, ne? Hä? Könntest du bitte Ich hab den, ich hab den fast gekillt Ja, chill deinem Ich hab eigentlich nur Bock, dass du jetzt hier verreckst, ne? Verreck, ey Schön Hab einen Hab einen Liga, ich hab grad Gegner von zwei Seiten Irgendwie nix Ja, ich auch Wahrscheinlich Wir müssen nochmal gucken Wer hat den geliftet? Okay Geh ich mal Nice Ragequid Bin hier bei euch Ich Der hat mir ziemlich gedrückt an den Trip, aber der hat irgendwie nicht getroffen Von daher Spannom Das ist da Guck mit Da ist Da war einer Da war einer Wo ist denn da bist du behindert? Ich hab markiert, lol Da Er hat es im dritten mal markiert, Digga Da Du rennt in die Willig, willig Digga Ich renne weg von dem Der ist nicht Der ist draußen Aber in die Richtung Der ist nicht im Haus, der ist draußen der hängt nach der hängt auseinander weit und schießt durch fenster diese klatsch situation sagte ist die klatsch situation sagte macht die die kommt ja wenn man da wo ich gerade sagen dass meine budi schweb also bist du dumm wie ein scheiß der war noch der hat noch gar nicht alles durchgemacht ist von dieser barrikade und durchgucken ja wie wenn du was er hat schockt bitte jetzt es liegt es liegt wieder das war ich dass so also kommen zu er ist auch wo es lag er ist immer wieder blitz der weich ganz geil schild schiedel er hat die die angreifer und die wohl eigentlich ganz neu ist es war gerade komisch mit dem raum weil die möglichkeit ist der war er war alle weg imischen bereich sichern ist ein bisschen so gesteckt sein du musst im steckt drin sein ist ein scheiß noob ach so Prozent wenn man sich überraschend ich gehe hoch doch ich gehe hoch das heißt jetzt noch mal und sind was man ganz stark am zweifeln aber wir können durch unten durchgehen eigentlich das wäre sogar relativ sneaky ich glaube das könnte man ach da ist der ok ach wie kann er mich hier treffen ich weiß wo wir also ich gehe durch die garage hier durch ich weiß nicht ob du das sehen kannst das ist richtig gut wir können die kannst du mal folgen die Arme gehen direkt und ich gehe so rum wir müssen aber die Kamera wegmachen sonst sehen die uns wo ist die Kamera weiß ich ich komme mit kaputt nice ich hoffe mal dass jetzt einfach da keiner kommt na kommt vielleicht nicht aber hier ne ja und dann hier hier gehts doch ne hier ne 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 ach so ja ich werde über hier reingang pass auf, pass auf, pass auf, pass auf die sind hier gleich, die sind hier gleich geh du vor ja in der Mainhold sind die hier ja wirf mal Drohne, ja ist da einer? warte kurz wir können rausgehen warte kurz warte kurz so wir sind wir schon mal sicher ne Digger die sind hier drin komm, geh ja, ich weiß kurz äh und jetzt würd ich sagen aufmachen weil dann wenn die grad von der Seite kommen ist irgendwo ein Lurker loll dann lass mal seinen Weg für nen Friend frei gemacht ich bin confused äh, gedings blind oh nein ich hab zwei Leute angeschossen einer liegt da einer liegt am Bereich der andere ist low der andere ist low zwei Leute sind richtig low genau im Fenster dort genau im Bereich da liegt grad einer jetzt wahrscheinlich nicht mehr aber zwei sind low da war einer jawoll da einer geht raus einer geht raus rechts die hat den neuen Charakter ja ich werde das so beschaffen die ist eins gegen zwei oooh weil du immer einfach verrätst oh ach soo da lagen zwei warum bist du nicht durchgepusht als ich getötet schweiß scheiß timix hier schon wieder ja und ich muss nur mit lowe zusammen spielen man lowe ist ja low du bist ja low man deine mama ist ja low ich glaub gar nicht elo 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 it's a ready day das war gewinnen wegen Matchball und so ja ja unten den Raum zerbarrikadiert ha okay hier ist hier ist eigentlich gut weil können wir alles relativ dicht machen ich mach hier zum Beispiel dicht dann mach ich da eine Bootytrapping zugang gesichert sooo okay dann machen wir hierzu und hier was hin nehm ich mir sowas schmackfantastisches hallooos und dann machen wir hier nochmal zu oder wir machen da nicht zu oder lassen wir mal offen können wir hier zu machen hier kommen wir nicht zu machen forks sake da hast du mir verlassen da bist du drin ohhhh da hat jemand einen Spot das hat es gemacht ohja können wir irgendwie durch da bleib ich jetzt bei diesem bei diesem Ding hier bei dem Elevator oh oh sie kommen Garage hm schießt euch nicht gegenseitig weg ne Jungs mein Mate haut mir erst mal was der kommt instant runter gesprungen ich rieße ihn an und der hat keine Hits bekommen da war einer in diesem Elevet der ist runter gesprungen was denn jetzt los ne oder mein Rainbow Six Siege ist abgestürzt aber die Aufnahme ja ok die Aufnahme scheint eh erhalten sein von daher scheint das hier kein Problem zu sein ich habe keine Lust ja Jungs wenn euch das gefallen hat dann lass mal ne Posi werden und da ansonsten bis zum nächsten mal mit dem kompetenten Ubisoft Team ja 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 ja